Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch die 10 meistgelikedesten Videos auf YouTube, ohne Musikvideos, denn das wäre unfair. Viel Spaß! Auf Platz 1 ist Make this video the most liked video on YouTube von MrBeast. Dieses Video hat 8,51 Millionen Likes. Das Video wurde am 16. Januar 2019 hochgeladen. Auf Platz 2 ist YouTube Rewind 2018, but it's actually good. Das Video wurde gemacht von PewDiePie. Das Video hat 8,19 Likes und wurde am 27. Dezember 2018 veröffentlicht. Auf Platz 3 ist Masha and the Bear mit der Folge Recipe for Disaster. Der Uploader ist Skaten Movies und es hat 5,07 Likes. Es wurde am 31. Januar 2012 veröffentlicht. Auf Platz 4 ist Ping Pong Trick Shots 3 von Dude Perfect. Das Video hat 4,89 Likes und wurde am 3. April 2017 veröffentlicht. Auf Platz 5 ist Kansas Video Hit 1 Million Likes von PewDiePie. Das Video hat 4,73 Millionen Likes. Und es wurde am 10. Dezember 2016 veröffentlicht. Auf Platz 6 ist ein Video mit dem Titel, den ich leider nicht aussprechen konnte. Ich blende ihn aber für euch ein. Und vielleicht gibt es ja auch welche für euch, die ihn verstehen. Trotzdem wird Google Übersetzer mir da ein bisschen helfen. Das Video wurde von diesem Kanal veröffentlicht und es hat 4,70 Likes. Das Video wurde außerdem am 9. Juni 2016 veröffentlicht. Auf Platz 7 ist Ruby Play Button YouTube 50 Mill Subscriber Award Unbox von PewDiePie. Das Video hat 4,69 Millionen Likes. Und es wurde am 18. Dezember 2016 veröffentlicht. Auf Platz 8 ist wieder ein Video, von dem ich den Titel leider nicht aussprechen konnte. Das Video hat 4,38 Likes. Und es wurde am 7. Dezember 2017 veröffentlicht. Auf Platz 9 ist wieder ein Video von demselben Kanal wie gerade eben, von dem ich den Titel wieder nicht aussprechen konnte. Das Video hat 4,23 Millionen Likes. Und es wurde am 20. April 2017 hochgeladen. Auf Platz 10 ist YouTube Rewind The Shape of 2017. Das Video ist von YouTube selber. Es hat 4,19 Likes. Und es wurde am 6. Dezember 2017 veröffentlicht. Das war mein Video. Ich hoffe, ich hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und abonniert auch gerne mal diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns nächste Woche um 18 Uhr hier auf meinem Kanal. Bis dann und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann.